hallo und herzlich willkommen beim echelotzentrum in paderborn mein name ist thomas schlageter wir haben heute den 7 april 2020 7 uhr 9 das erste was ich heute morgen machen möchte und das liegt mir wirklich am herzen das ist ein lob für meine mitarbeiter ich bekomme ja mit was die im moment jeden tag leisten müssen wie viele gespräche geführt werden was die jungs im lager und in der konfiguration leisten müssen man muss sich das immer so vorstellen dass normalerweise auch noch aushilfen da sind die dann unserem jury zum beispiel zur hand gehen im moment muss der versand von zwei personen gewuppt werden inklusive einstellen bedeutet also dass die von morgens bis abends unter vollgas das beste geben jetzt ist natürlich bald ostern das bestellaufkommen ist immer noch sehr hoch ich bitte einfach um nachsicht also die lieferzeiten die wir angeben sind die richtigen lieferzeiten aber drei bis sieben werktage ja wie gesagt wir geben unser bestes zusätzlich kommt immer noch der haken der versandunternehmen also dpd zum beispiel und dhl ja die sind ziemlich überlastet da kann es manchmal zu ein oder zwei tagen längerer laufzeit kommen ich verstehe jeden der dringend seine ware haben möchte aber trotzdem mehr als 150 prozent geben können wir nicht so dann wir haben ja immer noch unsere einbauwerkstatt das funktioniert gut nur mit dem abholservice durch ganz deutschland also wenn das hier aus der nähe ist das überhaupt kein problem wir schicken unsere fahrer vorbei holen das boot ab bringen es in die werkstatt das wird dort fertig gemacht alles eingebaut umgebaut das ist kein thema nur die großen strecken können wir im moment einfach nicht leisten dafür bitte ich um verständnis sämtliche termine nach corona werden wir auf der webseite wieder bekannt geben das sind die ganzen messen die hoffentlich nachgeholt werden das sind schulungen auf dem wasser die hoffentlich nachgeholt werden können je nachdem wie eng diese kontaktverbote sind die informationen werden sie in kürze alles bei uns auf der webseite finden im moment geht es darum dass wir den normalen betrieb soweit es geht aufrechterhalten und ich glaube das funktioniert schon sehr sehr gut wenn ihr also fragen habt ruft uns an über das callcenter sind wir jederzeit zu erreichen das ist also überhaupt gar kein thema sagt den jungs und mädels aus dem callcenter einfach was ihr euch wünscht wir können dann die mails die wir bekommen mit den themen können wir dann weitergeben an die entsprechenden mitarbeiter und ihr bekommt schnellstmöglich einen rückruf so passt auf euch auf genießt trotzdem vielleicht auf dem balkon das schöne wetter oder geht an wenn soweit es erlaubt ist und wir sehen uns morgen wieder danke tschüss tschau